Und damit herzlich willkommen zurück beim Minecraft Story Mode. Episode 1 immer noch. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Nacht überstanden und machen uns auf den Weg zum Tempel des Ordens, um die restlichen Ordenskrieger zusammen zu trommeln. Mal gucken, ob uns das gelingt und ob noch alle da sind, denn wir haben ja ein Problem zwischen Jesse und Axel. Aber gut, es sind noch alle da. Also auf, auf zum Tempel, wenn wir ihn dann finden. Und hoffen, hier ist Igor nicht vor... Ivor? Ach, hier ist schon der Russe nicht vor uns da. Axel wird drüber hinwegkommen. Die ganze Sache tut mir leid. Äh, alles in Ordnung. Alles in Ordnung? Es war eine schwierige Nacht. Es passiert. Wir waren alle leid. Und ich bin einfach glücklich, dass du okay bist. Danke, dass du so cool bist. Cooler Beans. Siehst du nichts? Hey! Es gibt etwas da oben. Was ist es? Ich denke, es gibt ein bisschen eine Gebäude. Lass uns einen näher schauen. Einer fehlt doch. Nein, okay, es fehlt keiner. Okay, auf nach oben. Kletterwand hoch. Ja, das sieht wirklich aus wie so ein Building. Könnte ein Tempel sein. Worauf warten wir noch? Wir sollten vorsichtig sein. Wir sollten vorsichtig sein. Aber wir sollten vorsichtig sein. Was ist dieses Ort? Das ist, was wir versuchen, zu herausfinden. Es ist das Tempel der Ordnung der Sten. Lucas, bist du sicher? Er ist richtig. Schau. Holy crap. Du denkst, dass sie da sind? Lass uns in und herausfinden. Die werden sich doch nicht hier aufhalten, permanent, oder? Aber einfach alles bemerkbar. Okay. Wenn du etwas spottst, nimmst du es raus. Wir haben nicht viel Zeit. Ist es nicht so wunderschön, wie Dispensers sind, die schreien wie schreckliche kleine Gesichter sehen? Was hast du dir Dispensern, kleiner Typ? Ich habe das Gefühl, dass wir nicht wirklich herausfinden wollen. Wenn ich mich... Was war das? Das ist wahrscheinlich nicht eine gute Sache. Oh, komm mal, Dispenser-Faße. Ich dachte, wir sind Freunde. Ruhig! Wir haben die Dispensers mit dem Pressureplatte aktiviert. Wenn wir einen Weg finden, dann wird das wieder loslassen. Es gibt eine Karte. Vielleicht können wir etwas benötig machen. Aus dem was? Wir haben nichts. Alle unsere Tools und Materialien sind nach Hause. Was können wir denn daraus bauen? Was können wir denn daraus bauen? Wir haben Flins. Wir haben Flins. Mir fällt da jetzt höchstens ein, dass wir einen Pfeil draus machen können. Ah, Rezepte. Einen Bogen. Ah, so ging der Pfeil. Okay. Ich weiß, was sie fährt. So, ein Aero. Perfekt. Okay. Oder kannst du die Aero erst machen. Lass uns das machen. Okay. Ähm. Druckplatte. Und... Schießen. Volltreffer. Oh, perfekt. Die Order des Schweins ist zum Gast beim Order des Steins. Ja. Ja. Das... muss sein, dass sein Verzauberungsraum sein wird. Ne. Das sieht nicht aus wie Ivors schreckliche Basis? Findest du etwas, was es ist? Ich bin nicht sicher, was es ist. Aber... definitiv interessant. Es gibt eine Menge Geschichte in diesem Raum. Ja, hier ist definitiv eine Menge Geschichte. Oh, ein Buch. Auf einem Zaubertisch. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Fünf Mitglieder. Fünf Freunde. Fünf Freunde. Fünf Freunde. Zusammen würden sie so viel geben, um ihren rechtlichen Platz zu bekommen. Als fünf Heroi. Sie würden ihren eigenen Ende auswählen. Sie würden einen Dragen schlafen. Eivor war ein Mitglied. Die Geschichte hat ihn nie erwähnt. Das ist so... Das ist so... Das ist so... Das ist so... Das hat ihn nicht ausgericht. Sie hat ihn in der Geschichte geplant. Sie haben uns verliebt. Sie haben mit uns verliebt. Sie haben mit der ganzen Welt. Ich verstehe, warum diese da nie machen. Das ist so... Fünf... Das Richtige. Die Richtige sollte wohl nicht sein, was wiríamos haben. Aber Petra ist noch draußen. Der Monster ist noch draußen draußen. Jesse ist recht. Wir müssen jetzt den Ort zu fokus ein. Das war hier. Wer geht diesen Stärz. Ja, wo führen die Stufen bloß hin? Das ist eine gute Frage jetzt. Auf nach oben. Und wir dürfen natürlich wieder vorgehen, wie immer. Okay. Jetzt ist das cool. Wow. Was ist mit den Wänden? Mehr als was mit diesem ganzen Ort passiert. Das muss man wohl sein, wo sie sich getroffen haben. Na dann hol es mal heraus. Bringt uns das hier an der Stelle was? Eher nicht. Ähm, die Karte, die hilft uns bestimmt. Okay, Axel? Auf jeden Fall. Was hast du gefunden? Okay, das habe ich gar nicht angeklickt. Eigentlich habe ich ihn angeklickt, aber na gut. Es ist das gleiche als das Amulet. Äh, Amulet verwenden, warum auch nicht? Ähm, Lukas? Findet du irgendwas, was interessant ist in diesem Buch? Das nur was, was ich so weit gefunden habe, ist, dass das Amulet verwendet wurde, um die Positionen der Mitglieder der Ordnung zu vertreten. Okay, es ist mehr technisch als historisch. Mh, Ruben, reden. Reden wir mal mit ihr. Oh, ja. So, jetzt ist die Frage, was sollen wir jetzt hier noch machen? Ruben? Hey, Ruben. Findet du irgendwelche Kluge? Sieht nicht so aus. Ich bin mir sicher, dass wir damit was machen müssen. Garantiert kann man da irgendwie durchgucken oder so. Aber anscheinend nicht so ohne weiteres. Ich kann da auch nichts anklicken mehr. Gut. Hier hinten gibt es Hebel. Spielen wir mal an den Hebeln. Gucken wir mal, was passiert. Schalter 1. Hm. Alter 2. Äh, nein. Lass ruhig an. Okay, zwei Lampen sind an. Die gleichen Lampen bleiben an. Ich weiß gerade nicht genau, was wir jetzt hier machen sollen. Ah, wir sollen wahrscheinlich alle anmachen. Nein, die wollte ich doch gar nicht. Nein. Sondern ich will den Schalter verwenden. Und jetzt will ich noch den Schalter verwenden. Jetzt haben wir alle an, das ist garantiert nicht die richtige. Nein. Gut. Ähm, machen wir mal nochmal alle zurück. Wenn wir das hinkriegen überhaupt. Hm. Okay, und jetzt fehlt da noch die eine Reihe. Die er hier vielleicht. Perfekt. Äh, wir wollen, das wollte uns, äh... This looks like some sort of tracking system. It's the order. It's showing where they are right now. Look, we don't know enough about how this thing works. Maybe the amulet only tracks them when they're on the surface. Or, maybe it doesn't work when they're in the Nether. We have to go off what we do know. Petra is relying on us. That witherstorm is still out there. We know that Gabriel was trying to tell us something. We've got to find the order of the stone. But there are only two lights. There are only two members of the order left. He said, Sorin was missing. That leaves Magnus. Or Elagard. Let's head out. I'm not going with you guys. I have to stay here. If I know Petra, she's probably doing everything she can to find this place. She's still out there. She has to be. Ja, ja, er solltige bleiben. Just stay safe, okay? If there's even a small chance she's alive, I have to stay. Go, get help. I'm going to focus on making this place safe before nightfall. This temple is pretty big, though. If we're going to have a chance at fortifying it, I'm going to need some help. If, uh, maybe one of you guys can hang back with me? Sounds like Olivia will have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus? You really think that's how it's going to go? We need Elagard. She's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. We're trying to destroy it. And when it comes to destruction, Magnus is a master. There's a smart person, Jesse. And obviously, the smart thing to do is to go to Magnus. I... I think Axel meant Elagard there, Jesse. No, I don't think I did. Pretty sure, Axel meant Magnus. Jesse, the point is, you should be going to Elagard. It's the clear choice to make. You've got to come with me. You're my best friend, Jesse. It's you and me. We're looking for Magnus. Get ready to roll, Axel. We're going to go find Magnus. Let's do this. Olivia, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra comes back. Okay? Fine. But I'm only doing this for Petra. I'll take it. Guys? The wizard? Da is he also schon. Okay. Please hurry. So. Und das war das Ende von Episode 1. Jesse and Axel returned to the Nether, intent on finding Magnus, the rogue, and find themselves in a kingdom of chaos, full of dangerous people, with poor impulse control and some deadly hobbies. While the great storm grows, consuming everything in its wake, time is running out for our intrepid heroes. So. Ähm. Hast du Ruben weggeschickt? Äh. Hast du Lukas gerettet oder Gabriel geholfen? Wie? Wir haben Gabriel geholfen. Ähm. Petra hat er Gabriel geholfen. Wir haben Petra gerettet. Wie die wie wie wie... Oh. Fast die meisten hier haben wir... Äh. Wir waren gar nicht schlecht. Also bei dir und 87 Spieler wurden Ruben verletzt. Okay. Äh. Du und sechsten Herr haben Lukas vor dem Eisengolem gerettet. Und nur so wenig Spieler? Hm. 48% der Spieler halten auf Petra aus der Flucht. Okay. Mehr als die Hälfte hat also den Helden gerettet anstatt die gute Freundin. Und Lukas überzeugt zu bleiben haben fast alle gemacht. Joa. Und ich würde sagen mit dem Ergebnis verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns morgen wieder hier mit Episode 2. Bis dann. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Euer Kailan. Ciao. Ciao.